Wir heißen jetzt Jünger des Dolo-Jesus, ist das jetzt besser? Ja, jetzt muss jemand Erfahrung kriegen, dann sehe ich es gleich. Ob das funktioniert hat. Krieg mal eine Erfahrung hier. Ja, warte, ich klopke gleich wieder so ein Dolo-Tod. Ja, gut. Ich brauche übrigens, falls jemand haben sollte, ich brauche dringend Leder 15. Leder haben wir doch in meinem Haus. Ja. Ich habe das jetzt gerade wieder aufgesammelt, weil es kurz vor dem Verschwinden war. So schnell? Oh, geil, dein... Warte mal, kann man auch dieses... Ach, scheiße. Äh, ich... Nee, der ist ja auch Kumpel mit mir und dann kann ich ihn ja danach erst zwingen, dass ich ihn reiten kann, ne? Ähm, ich... Warte mal. Komm doch mal an, was tämpfst du gerade, Frodo? Ich kann mich nicht... Weil ich... Ich doppelte... Warte mal ganz kurz. Weil du kannst nicht alles reiten, so ein Dolo oder ein Dino kannst du nicht wirklich gut reiten. Nee, nee, deswegen... Warte mal kurz, ich... Mein Gehirn muss erstmal ganz kurz klarkommen. Man kann keinen Dodo reiten? Schlicht. Das finde ich allerdings auch nicht gut. Wenn ich die Tintoburries einfach ganz schnell fresse, so, dann ist das okay, oder? Das steigt dann einfach kontinuierlich. Hoffentlich. Frodo! Hallo! Du musst das hier schnell aufheben. Ja, ich kann aber nicht so schnell. Ich kann aber nicht so viel tragen. Achso, soll ich das noch wieder einsammeln und dann... Ja. So, hier sind Tricera-Toppen, aber die will ich nicht. Wann! Das bin ich, dieses Trau-Fro-Satz-Nicht. Aber vielleicht mal kurz versuchen, was... Level 42, den schaff' ich nicht! Die höher, das Level, das wird länger fauchst, auch die zu tame. Ja, nee, dann hol' ich mir jetzt irgendwas Kleines. Wer zerkloppt denn da des vielen Wassers? Ist das Flo? Ja, das, nee, ich bin hier. Das war ganz tief. Wann? Genau. Und wo? Ja, fast. Ico schreibt gerade, er wünscht sich, dass er uns alle mal besuchen darf. Es ist die Frage... In-Game? Ja, ich glaub schon, weil der... Ich kenne grad einen Foto rum, bei uns. Ja, na, na, dann soll er einfach herkommen. Oh, geil, da hinten ist ein Raptor! Oh, komm her, ich hau dir auf die Fresse! Oh, scheiße, der ist Level 37. Oh, shit! Hilfe! Oh, so ne Kacke! Irgendjemand muss mich retten, ich werd verfolgt von einem Raptor! Ja, dann bist du eh so gut wie tot. Nein! I refuse... Doch, tut er. I refuse to die! Guckt der mir noch? Oh, Gott! Sieht so aus. Können Raptoren übers Wasser laufen? Wenn sie Anhänger des... 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 ... sind dann, ja. Ist das nervig. Was denn? Rick ist tot. Ich wohne. Na toll, jetzt frisst der auch noch meine Leiche auf, so ein Arschloch. Das war Level 5 und tötet mich einfach. Ja, die Level haben noch überhaupt nichts zu sagen. Aber kannst du mal zurückkommen? Biss... ein bisschen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Das war eine Kacke. Mit dem... mit dem Holz überladen. Oh Mann. Oh Mann. Oh geil, da oben ist ein Pterodaktylon. Ich bin gerade einfach nur wie so ein Beklopter... Was kann ich denn jetzt machen, um zu leveln, ey? Äh, bauen. Du bist Baumeister. Also ich harveste wie blöd. Du kannst auch mehr Scheiße hinbauen. Du kannst ja einmal zum Beispiel... Du würdest leveln wie Sau, wenn du ganz viel Holz und so'n Scheiß holen würdest und einmal um unsere Inseln Sound ziehst. Das, äh, wirklich, ja. Die Mauer muss weg. Das hat jeden für willig. Ne, die Mauer muss erstmal hin. Ja, wenn sie erstmal bauen. Erstmal muss die Mauer hin. Erstmal hier den Dodo verprügeln. 50 und 3. Komm her, anderer Dodo. Putz, voll auf die Fresse. Putz, gleich noch einen. Peng, von in die Ecke getrieben. Klaufe, die Ewanstein. Alter, der weht ganz schön lange, der Dodo. Kannst du bitte mal irgendwie sterben? Alter, ich hab ein Level 45er Dodo getötet. Krass. Den hätt ich gern als Haustier gehabt. Ich brauch auch mal ein paar Dodos oder irgendwas, was mir ein bisschen Leder... Dodo, Dodo, Jesus. ...Leder gibt. Leder. Ich hab unseren ersten Spawnpoint übrigens gefunden. Hier ist noch unser Feuer. Geil. Was ich in der Nähe von eurem ersten Spawnpoint ist, äh, Gina's Face. Echt? Oh shit, hier ist ein Bronto. Boah. Gina hat ne eigene... Der macht ja erstmal nix. Mit dem Robber? Ja, guck gerne mal vorbei. Boah, da bin ich bestimmt. Ja, wenn ich wüsste, wo ich die genau finde, würde ich da gerne mal vorbeigucken. Am Wasser, weiter runter, hinterm Steintor, einfach... Kannst du nicht verfehlen, irgendwann steht da ein fetter Holzklotz. Ja, und direkt dahinter ist meine Base. In die andere Richtung ist meine Base. Am I the only one who doesn't have a base? It's so labeled. Ja, ich kenne mich. Oh geil, ein Holzklotz, aber erstmal... Der Dodo hat gekackt, ich hab's genau gesehen. Sobald dieser Dreckskanu hier gezähmt ist, also so in der Stunde, dann komm ich mal vorbei, wenn ich mich suchen. Hall, 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 hall. Ich glaub, jetzt kann ich noch ein paar mehr aufnehmen. Brodo, warum fühlst du eigentlich die Dudos mit der Faust? Scheiße, wir haben ja... Weil ich nichts anderes habe, zu verprügeln. Ja, aber das bringt nichts. Doch. Du kriegst keine Ressourcen daraus. Natürlich, Fleische und Heide. Kann ich noch Zaun lernen, den ich überall hinpflanzen kann, ohne Foundation? Du kannst eine Zaun Foundation lernen. Ja, du kannst irgendwo Fans lernen oder so, ja. Ja, Fans Foundation, das ist Gina ganz aufstehen. Bam, 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 bam. Die, Dodo, die. Achso, das ist ja gar kein Holzklotz hier. Die Scheiß Schwimmmechanics, die sind so kacke. Vollwedding. Holzbaum? Oh, ich hab schon wieder... Oh, was war das? Ja, ich kann noch Foundation spawnen, seh ich grad. Ich hab jetzt unsere Base schon wieder gefunden, aber... Ich glaub... So, wo haben wir denn Leda? Den noch nicht. Äh, in der ersten Kiste rechts. Oh, geil, ein Triceratops. Noch nicht. Oh, Level 5. Schaff ich das alleine, indem ich ihn einfach in die Fresse habe? Nein. Nein. Ah, schade. Beim den Triceratops in die Fresse, dann bist du ziemlich schnell tot. Alter, wo bist denn du, Robert? Jetzt gleich unter Wasser, es ist viel schöner hier. Lauf. Ah ja, was craft ich denn jetzt mal? Das ist ja live. Psycho Jagger, da. Dass ich nicht so oft töte, sonst zähle ich wieder. Hast du gehört, Frodo? Ja, es ist schon zu spät. Ich soll euch den Zorro machen, 40. Ich kann euch nicht den Zorro machen. Adventure Time. X3. Adventure Time, X3. Ich kann euch nicht den... Was geben da ab? Achso, da ist grad... Ich kann euch den Zorro machen, weil meine Dingens... Ich pack das, ich pack das voll hier in dieses Lager. Meine Dingens ist viel zu gut. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ich hab hier das eine Lager, ist nicht von euch gesichert. Ich hab das hier reingepackt. Lord Bullrich. Lord Bullrich. Das ist jetzt die Frage. Ist das mein Bullrich? Ja. Den ich damals Call of Duty gespielt habe? Ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, schreib mal in den Chat, ja. Ist es der Bulli oder ist es nicht der Bulli? Ich pack mal neben das Feuer, packe ich mal den... Geht nicht. Warum kann ich ihn denn nirgendwo hinlegen? Kann man den nur im Haus benutzen? Ja, wie dumm. Ein sogenannter In-Haus-Mörser. Dann kommt er hier in die Ecke, wo die Kisten sind. Die hier war... Ja, ich hätte das doch geschlossen. Das ist gut. Kann ich jetzt den irgendwo Hals holen? Und da ist er. Seitdem hast du jetzt schon alles abgeliefert? Ähm... Alter, was? Ja, ich hab alles abgeliefert. Ich schwimm da hinten für ein krasses Vieh. Grind resources into new resources. Ja, aber what? What the fuck is das? Der Fisch greift mich an. Na, wir haben kein Fisch. Und ich will eigentlich gar nicht zu nah ran, weil das nicht bestimmt sonst angreift, aber ich bin. Ja, der Fisch greift mich an. Oh, ich hab ein Fisch gelernt. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Wieso ist das genug Hals da? Äh, stimmt. Aber egal. Stimberry und... Stimberry und... Ja, was soll ich ist das? Der Speer ist super. Was packe ich denn jetzt in den Mörser? Ich packe jetzt total sinnlos einfach lauter Sachen in den Mörser. What, what? Wow, das ist schön. Du brauchst Stein und Flint für Spark Powder. Können wir einfach die ganze Zeit unter Wasser spielen? Ist viel schöner hier. Stein und Flint? Ja, zwei Flint und ein Stein für zwei Spark Powder. Fuck you, was ist das denn für ein Wasservieh? Das will ich. Welches? Weiß ich nicht, es töte mich bestimmt auch gleich, aber es ist so geil. Aber er sagt jetzt ja auch ins Wasser. Oh nein, der kommt ins Wasser. Oh shit, Alter, ach du Scheiße, das ist ein Riesenhai. Ich hab den noch nie gesehen. Oh nein. Was ist das denn? Dann schwimme ich lieber wieder weg. Warte mal kurz, jetzt hab ich... Oh nein, oh nein, jetzt hab ich hier fünf Stein und 40 Flint reingehauen, aber ich kann nix anklicken. Der, du brauchst das Endgum für... Bug Powder noch. Achso, du bist ja witzig. Ich hab aber nur das Endgum für, ähm... Der Riesenhai, der da vor dir war, war tot. Für... Irgendwem zerschleischt. Achso, oh man, dann hätt ich den ja boxen können. Ja, hättest du. Für den Narkotix brauchst du ein Spoiled Meat und fünf Narko-Berries. Box ich den jetzt? Ich? Das könnte gehen. Ach, hat den eventuell die Schildkürte jetzt erwichst? Nee, glaub nicht die. Narko-Berry. Aber warte mal, was, was... Was kann denn so ein Vieh töten, Alter? Ein anderes Vieh. Fressen sich manchmal gegen die Kinder. Aber hier wird mir auch nicht angezeigt, dass ich daraus irgendwas machen kann. Ich hab mal irgendwo gelesen, man muss Haien nur auf die Nase boxen und dann... Guck mal, ich hab jetzt ein Spoiled Meat und fünf Narko-Berries reingetan, aber ich hab nicht die Möglichkeit, daraus irgendwas zu machen. Du bist so ein Spoiled Bitch. Oh, ich tauch jetzt mal nach ganz unten und guck mal, was da ist. Vielleicht find ich ja Atlantis. Äh, es gibt unter Wasserhöhlen. Echt? Oh, nein. Und dafür hast du zu wenig... Bist noch zu low. Du bist zu low. Du bist zu low. Nee, du hast zu wenig Luft, äh, geskillt. More Turan Pestle hab ich, aber... Oh, scheiße, ich hab nicht mal genug Stamina, um zu schwimmen. Ich kann keine... Oh, nee, ich werd jetzt nicht... Ich ertrink doch jetzt nicht, oder? Können wir bitte mal an die Wasseroberfläche? Digga! 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 Oh, nein, nicht. Oh, nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon! Ich hab Angst. Ähm, Flo, geh mal in dem... Äh, da links auf diesen Ort noch ganz links oben. Doppelklick drauf. Oh, ich hab alles, ich bin verletzt, ich bin ermüdet, ich bin ertrinken, mir ist kalt. Ich hab Rücken. Ist das scheiße? LoL, was kill ist tot. Und du bist tot. Increases your health, but puts you to sleep. Ach so. Respawn. Oh, das ist ja politiert. Warum sind denn da... Was ist denn diese komische Ordnerstruktur dann? Naja, es gibt, äh, später wichtig viele Sachen, die man machen kann. Geil, jetzt kann ich mich selbst unter Narcotics setzen. Oh, ich weiß schon wieder, wo ich bin. Ja, das ist aber meistens eher besser für Viecher. Mhm. Echt? Oh, that giant... Wollte ich auch grad sagen. Frodo, um Schlaf füttern. That giant fish. Ist der getamed? Ja. Warte. Einer auf ihn soll. Das ist mein Delfin. LoL. LoL, du hast Delfin? Ja. Delfin ist gut. Aber Dragoran ist kein Delfin. Ich hab noch ein größeres Viech. Boah, der hat keine Ahnung, der Typ. Oh, der ist in der Motherfucking Drangobar. Aber das ist ein Delfin! Holt sich eigentlich irgendeiner von euch mal Essen ab? Oh, ne. Ne, 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 ne. Warte, warte, warte. Na, vom Feuer. Und vor allen Dingen packt auch mal einer was nach. Also nicht geh ich noch mal so los. Ja, ich hab holz nachgepackt. Ich mein Fleisch. Ja, das hatte ich nicht dabei. Hallo, wenn jetzt das Viecher hier groß ist, ich bließe mal mein Niveau vorbei. Dein was, dein Niveau? Ich hab ein Viech, das heißt Niveau. Ich hab mal deine Brachiosaurus-Klacken gemacht. Ich bin immer völlig naiv davon ausgegangen, dass ihr irgendwie noch ein Leben habt. Ein Leben? Achso. Puts! Naja, geht so. Beth hat dafür einen Dinosaurier. Also ich mein, da muss schon was voraus. Genau. Dann muss schon Prioritäten setzen, auf jeden Fall. Schämst du dich nicht, Imre? Bin noch nicht. Ich vermutlich hast du den größten von allen Dinos, oder, Jessie? Ruhres. Ehh, oh ja, Imre, du machst das cool. Und ich sitze hier, die Ddo-dy-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo-dodo- that's ist. Dodo-dodo-atiques. Rures? Aber wir holen euch noch eine L drin oder die Dodos aus. Ja. Hatn ja hier schon einen, glaube ich. Echt. Ich glaube, das ist auch die Erklärung, weil alle Dodos tot sind. So, ich hab Flo, hier, guck mal, hier ist mein Niveau. Ich bin gerade völlig woanders. Ist es ganz tief unter Wasser, oder? Warte, ich komme. Wait, I want to see. Dieses Spiel ist sehr verwandelt. Wo ist denn das, auf welcher Seite? Der Langhals des Mers. Oh, fuck you, das doch nicht, Alter, das doch, nein. Doch. Das ist lustig. Alter, du hast ein unter Wasser... Das ist ein U-Boot. Das ist ein U-Boot. Das ist die US-Niveau. Ist das geil, Alter. Alter, Falter, ist das Vieh groß und hässlich. Oh ja, das ist so hässlich. Boah, Alter, was hat der denn für eine... Tank an sich denn hier ein Vieh, bitte. Oh, nee. Pausen. Du kannst doch keine Gebäude auf dem Dino bauen, Alter. Erzähl doch nicht. Hier das wirklich in dem Spiel? Ja. Snipe Shuttle. Weiter so. Wow, wir hatten da gerade Steinsver... Deadlot. Äh, sag mal... Du kannst doch später noch irgendwie so... Äh, Belag... Oh Gott, er hat wie drunter Augenstirb. Alter, warum hat denn dein Dino eigentlich so eine hässliche Hasenscharte? Naja... Ich würde ihm gern irgendwie einen Zahn einboxen. Was passiert, wenn ich den jetzt boxe? Dann wird das Viech Agro... Töte dich und danach greifen deine Viecher meine Viecher an. Ich hab ja kein Vieh. Achso, dann greifen... Oh, die ist weg. Das heißt, wenn ich jetzt... Aber wenn ich jetzt deinem Vieh in die Fresse hau und dann an Land gehe, kannst du mir dann was? Nein, das würdest du... Sollst du mich verlassen, weil ich stehe hier mit dem Bogen. Ich will es aber eigentlich probieren. Hat mein Dino ja rum. Brauchst du jetzt? Ja. Ich will gucken, ob ich schnell genug bin. Nee, oder nicht. Hast du da einen Narkotik-Fall, um das Vieh zu betäuben, falls ich es jetzt anpisse? Äh, ja, jetzt ein Narkotik-Fall. Ist der für mich oder für das Vieh? Bitte nicht vom Becken springen. Oh, wirklich. Was steht da? Bitte nicht, was? Vom Becken springen, vom Beckenland, Alter. Verbesserst du doch. Ja, mach ich ja auch. Ah, geil. Hängt jetzt an, Schilder zu bauen.